1921 in Wien floh vor den Nazis über Frankreich in die USA, wurde dort Soldat und kam 1945 mit der amerikanischen Armee zurück nach Europa. Jahrzehntelang berichtete er für das deutsche Fernsehen aus seiner Wahlheimat Paris und drehte Dokumentarfilme und legendäre Porträts berühmter Persönlichkeiten. Heute schreibt er für die Zeitschrift Lettre International und jedes Jahr ein Buch. Als Sie geboren wurden, war der Erste Weltkrieg gerade mal drei Jahre vorbei. Haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend in Wien die Nachwirkungen dieses Krieges bewusst erlebt? Wie hatte sich die Welt verändert in Österreich damals? Also, die ganze Familie, einschließlich der Eltern natürlich, waren Kaiser-Anhänger. Man war Monarchist, man liebte diese österreich-ungarische Monarchie, die ja auch sehr viel für die Juden getan hat. Oder sie zumindest so leben ließ, wie sie wollten. Das war eine Stabilität, die nun weg war. Und was nun? Wirtschaftskrise, Hungersnot, Angst vor der Zukunft, rein wirtschaftlich gesprochen, dieses Vielvölkerreich fiel auseinander. Die industrialisierten Provinzen wie Böhmen und Meeren waren unabhängig geworden. Wovon wird dieses Rumpf Österreich überhaupt leben können? Und braucht es uns als Händler, Importeure, gewiffte Internationalisten? Ist das in diesem kleinen Reststaat überhaupt noch gefragt? Und mit dieser Unruhe wuchs ich auf. Die spürte ich in meinem Vater, Pelzhändler. Wer braucht Pelze, ein Luxus? Ja, in diesem Österreich, in dem die Leute hungerten. Die Angst des Vaters, die er sehr männlich immer verborgen hielt vor der Familie, die drang dann doch durch. Was ist morgen? Karl Kraus hat dieses Wien nach dem Ersten Weltkrieg ja eine Versuchsstation des Weltuntergangs genannt. Und so ein bisschen war das wohl so. Ja, ja, von allen Kriegsteilnehmern des Ersten Weltkrieges hat Österreich am meisten verloren. Nämlich sein ganzes Reich, seine Bedeutung. Aus 16 Millionen blieben 7 Millionen. Und waren die lebensfähig? Die meisten Leute glaubten ohnehin, man muss sich an das Deutsche Reich anschließen, um überhaupt überleben zu können. Also Versuchsanstalt für Weltuntergänge. Ja, wir waren der Weltuntergang. Und man musste schauen, dass man diesen Untergang überlebt. Mit der Angst vor der Zukunft, vor einer wirtschaftlichen Zukunft, die uns möglicherweise keine Chancen mehr gibt, bin ich groß geworden. Die bleibt. Und andererseits war dieses Wien genau damals ein absolutes Biotop der Kultur. Ich meine, nichts hat dieses Wien damals tiefer geprägt als jüdische Kultur. 1921 hat Arnold Schönberg die Zwölftonmusik erfunden. Ein Jahr vor ihrer Geburt hatte Hugo von Hoffmannsthal den Jedermann fertig, der dann bei den Salzburger Festspielen von Max Reinhardt-Uhr aufgeführt wurde. Sigmund Freud hatte im Jahr ihrer Geburt sein Werk Massenpsychologie und Ich-Analyse vollendet. Ich meine, das ist die andere Seite der Medaille gewesen damals in Wien. Die Überlebenskraft der Juden. Ja. Ich will nicht behaupten, dass diese ganze Kultur eine jüdische Sache war, denn es gab ja auch Kokoschka oder Loosch oder was weiß ich. Ja, ja, klar. Schiele. Aber es waren Hauptpfeiler der Kultur, der Deutschsprachigen. Wir waren, wo nicht die Produzenten, so die Sponsoren. Ja. Ich habe einmal die Käuferliste von Schiele einen Nachdruck in der Hand gehabt. Ja. Ungefähr die Hälfte der Käufer seiner Bilder hatten jüdische Namen. Ja. Die Juden waren immer kulturbeflissen. Also die Juden Österreichs besonders waren immer kulturbeflissen. Sie liebten diese österreichische Kultur und sie konnten sich ihr einverleiben. Sie konnten ein Teil davon sein. Ein Teil davon werden. Sie sich hier hingeben und gleichzeitig sie auffreschen. Wie müssen wir uns dieses Elternhaus vorstellen, Herr Troller? Und überhaupt die Familie, die Troller-Dynastie, die doch in Wien eine Rolle spielte. Und ja, das Viertel, in dem wir wohnten und in dem Vater um die Ecke sein Geschäft hatte und der weibliche Zweig der Familie auch wieder um die andere Ecke war das Konfektionspelz-Trikotagen-Viertel. Und da gehörten wir hin. Das war das Viertel der mittelständischen geschäftstüchtigen Juden, die es schon zu etwas gebracht hatten. 38, im selben Jahr wie der Anschluss, kam dann die sogenannte Reichskristallnacht. Die Progrome wüteten auch in Wien und wie haben Sie das erlebt? Diesen Tag, diese Nacht? Naja, ich hatte damals schon Umschulung gemacht wie so viele junge Juden in Berufe, die man vielleicht nachher verwenden kann. Mein armer Bruder wurde Elektrotechniker, obwohl er total unbegabt war. Und ich Buchbinder, was nicht schlecht war. Und der Buchbinder Keller, es gibt ihn noch. Man hat mir das eben versichert von einem österreichischen Rundfunk-Sender her. Indem ich mich ausbilden ließ von einem Panik, bot mir Unterschlupf für die Nacht, für diese berüchtete Kristallnacht. Ich kaufte zwei Wurstsemmel um die Ecke und verzog mich in dieses unterirdische Gewölbe, das direkt nach wie vor übrigens neben dem Polizeikommissariat lag, in das die ganze Nacht hindurch auf Lastwagen meine Leute eingeliefert wurden, um nachher zum Turnen gebracht zu werden. Also diese alten Herrschaften in Hüten und Palätois mussten auf, nieder und Laufschritt und so weiter üben unter der Anleitung von Polizisten oder SA-Knilschen von 18 Jahren. Und da schaue ich durch das Hinterfenster hindurch. Dann auf einmal polterte durch den Hintereingang ein Mann herunter und es war ein Scharmann. Und ich lag versteckt bei Buchbinderei in einem Haufen Altpapierschnitzel. Und er stellte sich da hin und pinkelte auf dem Papier auf. Und ich dürfte mich nicht rühren, ja. Dann wussten wir, da geht's jetzt. Da ist keine Chance mehr für uns. Wir mussten raus. Wohin? Naja, Vater hat... Gott, Gott, liegt das alles weit zurück. Einen Freund, der war Ehrenkonsul von Uruguay. Ich wusste noch nicht einmal, wo Uruguay ist. Ich verwechselte es immer mit Uganda. Aber wir bekamen ein gekauftes Visum nach Uruguay. Und mit diesem Visum konnte man durch Reisewiesen durch Italien und Frankreich bekommen. Mit diesem gefälschten Uruguay-Visum, das wir nie ausgenutzt haben, das aber in den Pasch hineingestempelt war. Und das hat uns dann wieder einmal Vaters Tüchtigkeit und Beziehungen, das Leben gerettet. Ja. Es war immer knapp. Sie kamen dann in Paris an und auch da waren dann bald die Deutschen. Durchlassschein der Gestapo. Ist der hier irgendwo? Ja. Der hängt da. So etwa versiegelter Waggon, so wie Lenin, wann war das, 1917 oder sowas, aus der Schweiz nach Russland geschafft wurde. Ja. So wurden wir, ja, man wusste nie, wann es heißen würde, alles aussteigen, ja, Pässe vorzeigen, Ausweispapiere und so weiter. Eine Sache, die mich noch jetzt in Angst und Schrecken versetzt. Aber es wurde auch in Frankreich doch dann immer schwieriger. Ja, aber wir mussten natürlich in eine Hafenstadt, Boulanger Meer, übersiedeln, von Paris aus und so tun, als würden wir auf diesen Flieger in den Holländer warten, der ja nie kam. Tat uns furchtbar leid, da bitte erkunden sich in Uruguay, warum da kein Schiff kommt. Ja, das war unsere, wieder mal unsere Überlebenschance. Und als der Krieg aussprach, wohnten wir eben an der Kanalküste und wurden von dort aus in diese Internierungslage geschafft. Wie ging das dazu? Naja, das war nicht normal. Haben Sie da die Nerven verloren? Nein, natürlich nicht. Das klingt alles so. Sie beschreiben das doch sehr nüchtern. Ja, das war ja auch okay. War ja kein Katschett, ja. Aber man wurde bewacht von einem Soldaten mit Gewehr. Stacheldraht mussten wir selber um unser Lager zu schieben, weil keine Mannschaften waren, das zu tun. Aber was denkt man sich da? Was denkt man sich, warum man da ist? Da kann ich mich so schwer reinversetzen. Na ja, die ganze Welt ist verrückt geworden. Wir waren doch die verlässlichsten Anti-Nazis überhaupt. Wer konnte verlässlicher sein als die vertriebenen Juden? Ja? Ja? Und trotzdem, wir waren es nicht etwa die deutschen Staatsbürger, die da verhaftet wurden. Wir speziell, wir besonders, wir die jüdischen Flüchtlinge wurden als allererstes da eingesperrt. Ja, und man war doch eine Demokratie, die die französische Revolution hinter sich gemacht hat. Ja, aber die Franzosen haben ja, glaube ich, eine gewisse Schizophrenie in sich. Einerseits gab es die französische Revolution, andererseits will jeder so ein bisschen Versailles in der Wohnung haben, die Monarchie ist eigentlich nie abgeschafft worden. Das macht Franzosen auch so kompliziert, diese Spaltung. Einerseits gegen Hitler, dann die Kollaboration. Es war ja die Angst vor... Das ist eine Schizophrenie. Die Angst vor dem Kommunismus war mindestens so stark wie die Angst vor Hitler, wenn nicht stärker. Ja, vor allem in der Bourgeoisie und dieses katholische Land, natürlich war das stärker. Genau. Und es war immer schon eine gewisse Affinität, fast eine Bewunderung vor diesem straffen Hitler-Regime zu einer bestimmten Zeit, glaube ich. Vorhanden, als die Deutschen einmarschierten im Mai 40, hieß es, nicht nur ich sind korrekt, sie sind korrekt, sondern ich sind beau. Sie sind schön. Und es gab diese Empfindung der Franzosen, diese entschätzliche Empfindung der Franzosen, dass sie eigentlich die Frauen sind und die Nazis sind die Männer. Und ihre Aufgabe ist es, sich den Nazis hinzugeben. Das war das Furchtbarste. Sie gingen aus diesem Lager, aus dem letzten Lager, in dem Sie waren, nach Marseille, mit dem Ziel Amerika. Aber das wollten viele damals und es war inzwischen spät, fast zu spät, aus Europa zu entkommen. Wie haben Sie es trotzdem geschafft? Mein Vater, wieder der Vater. Die Franzosen haben ja, nicht nur haben die Amerikaner, sondern auch die Franzosen einem Hindernis in den Weg gelegt. Es gab ein Ausreisevisum. Wozu? Die waren doch froh, uns loszuwerden, ja? Nein, Ausreisevisum. Es gab einen Stempel vom Hafenamt in Marseille. Stempel vom Hafenamt. Was bedeutete das denn? Und dann amerikanische Botschaft. Lange Schlangen. Jedes Mal, wenn man vergeblich an Schlangen gestanden hatte, ohne reinzukommen, bekamen einen kleinen roten Schein. Das war immerhin die Amerikaner, ja? Für drei Scheine kamen herein. Ein Geschäftsfreund des Vaters schenkte ihm einen roten Schein und sagte, Kinder müssen gerettet werden, ja? Und ich kam rein, allein. Und der Vizekonsul sagte, was sind Ihre Quotennummer? Ja, jeder hatte diese Quotennummern. Und nach meiner Quotennummer wäre ich etwa im Jahr 2500 nach Amerika gekommen, ja? Und da sagte er, wie alt sind Sie? 18. Amerika braucht Soldaten im kommenden Krieg. Und er nahm seinen Stoß, Visa-Anträge, zupfte er und ich sah noch das Foto eines alten, bärtigen Juden und ich bekam sein Visum. Und dann fragte er, Sie sind ja wohl nicht Kommunist. Und ich sagte, doch, doch, weil ich kein Wort Englisch verstand. Hatte der Humor? Er hatte Humor. Und ich bekam ein Visum. Herr Troller, drei Tage vor Ihrem 20. Geburtstag griffen japanische Trägerflugzeuge die amerikanische Pazifikflotte in Pearl Harbor vernichtend an. Und Sie müssen dieses Ereignis als lauten Ruf von Uncle Sam verstanden haben. Sie gingen zur Army. Es war wieder einmal Barackenboden mit der Zahnbürste putzen. Es war wieder einmal dreimal mit vollem Gepäck um den Übungsplatz laufen. Naja, und so kam ich dann eben erst Anfang 1944, Frühjahr 1944 überhaupt in den Krieg. Wohin? Erst Nordafrika. Aber da war schon Friede. Rummel war schon geschlagen. Und dann Italien. Und das war ja nicht, was ich wollte. Ich wollte ja endlich in den Krieg, wollte mich beweisen, wollte die Nazis bekämpfen und wollte was erleben, was Aufregendes. Wenn schon Krieg, so wenigstens Aufregung. Und ich wurde in die Gefangenevernehmung aufgenommen. War nicht zu einfach. waren alle möglichen Hindernisse. Aber ich habe es geschafft und war da, wo ich wollte, den deutschen Kriegsgefangenen gegenüber. Endlich die Nazis vor mir. Das war, was ich wollte. Nicht nur die Feinde, sondern auch meine Leute. Meine Sprache. Schon begreiflich so was. Aber so war's. Was suchten Sie da? Was suchten Sie in den Verhören? Das war doch wahrscheinlich ziemlich banal und hatte mit Sprache nicht so viel zu tun. Wollten Sie wissen, wollten Sie verstehen, wie die tickten? Was da los gewesen war? Ich wollte die natürlich besiegt sehen. Das ist klar. Ich wollte triumphieren über die. Aber ich wollte auch ein Teil dieser ganz eigentümlichen Kameradschaftlichkeit zwischen Gefangenen und Bewachern werden. Diese Teams, diese Gefangenenvernehmungsteams waren ja zum Großteil, hier sind wir ja irgendwo, ja, links der Captain Pecoroni war ein Amerikaner, italienische Abstammung, aber nachher links davon, rechts von ihm, ist eben Binder, ein deutscher Amerikaner, Adler, ein Berliner Journalist und ich Wiener und wir waren eben, das waren irgendwie auch uns vertraute Figuren, diese Gefangenen. und da gab es den Moment, Weihnachten war es 44, 44, wo die Frauen, wir hatten ja der Blitzmädel eingefangen, ja, Funkerinnen, Weihnachtslieder sangen in ihrem Stall auf Stroh, wie wir, als Internierte und ich ging da hin und hörte zu. Und dann hatte ich diese Schnapsidee, ich will eine deutsche Tanne zu Weihnachten, also hinter den deutschen Linien, eine Tanne. Gab ja genug Tannen auf unserer Seite, aber nein, ich wollte ja eine deutsche Tanne. Ist irgendwie unbegreiflich, das alles. Aber ich muss dazu stehen. Es war so, ich suchte Heimat, Zugehörigkeit und diese Nazis waren ja auch keine Nazis mehr, zum Großteil nur noch arme Hunde, ja. Es lässt sich nicht beschreiben. Da war diese Landschaft, da waren Bayern, nicht wahr, wir marschierten über, naja, erst einmal der Westwall, nicht wahr, kam ein Herr, will den Namen nicht nennen, ich habe ihn auch in meinem Buch anders buchstabiert, weil ich mir denke, dass der Mann wahrscheinlich sonst von seinen Volksgenossen aufgehängt würde, er kam zu uns und sagte, wäre doch schade um die schönen Gebäude, ich zeige Ihnen den Weg rundherum und wir konnten durch den Westwall durchfahren, ohne einen Schuss abzufeuern, ja, weil der Herr B. uns den Weg zeigte. Haha. Bayern, diese wunderschönen Kirchlein mit ihren Zwiebeltürmchen, diese wunderschöne Landschaft, dieses heimatliche und dann Dachau und dann Dachau. Man hatte sich ja doch immer eingeredet, es wären nur Arbeitslager und wir würden unsere Verwandten wiederfinden und da lagen diese Leichen herum und dabei einen Zug eingetroffen, die hatten aus irgendeinem anderen Lager, Großrosen oder sowas, die Leute zum Teil marschieren lassen, zum Teil aber auch in offenen Güterwagen, ohne Speise und Trank über Wochen hinweg und da lagen und da lagen diese Skelette und hatten einander angenagt. Das ist ja unvorstellbar und da lagen diese Leichen und ich dachte, es sind nur Puppen, die da irgendein Spielmacher ausgestreut hat, um uns zu imponieren oder um den um den Wochenschau Leuten etwas zu bieten aber es waren unsere Leute Skelette, die da rumlagen die Leberen hatte man schon am Tag zuvor weggeschafft und da begriff ich doch optisch gefühlsmäßig zum ersten Mal, obwohl ich es ja besser wusste, aber man hat es doch verdrängt und da begriff ich, was das gewesen war und dann kamen diese ganzen Deutschen, die wurden von unseren Leuten, das war irgendein Befehl, wurden Buschladungen von München und wurden da rausgebracht um das zu sehen und die gaben alle totales überrascht seinen Kund als wäre nicht das Lager einsüchtig gewesen von allen Seiten wusste jeder von Dachau Bescheid die wussten ja alles lieber Herrgott mach mich stumm dass ich nicht nach Dachau komme wussten sie alle aber nein sie hatten keine Ahnung und ich sprach da mit meinem Freund Adler auf Deutsch und da kam eine Frau auf mich zu und sagte das hättet die die uns auch nicht antun brauchen so das hättet ihr uns auch nicht antun brauchen naja und schnupfte ich vor die nase weil die leichen stanken schon und waren alle unschuldig alle keiner hatte was gewusst keiner hatte was getan diese absolute Verlogenheit der Leute und nie an bedauern und nie auch nur einen Satz wir sind schuld verzeiht uns oder sowas es hat jahrzehnte gedauert bis die überhaupt begannen zu begreifen was sie getan hatten als Mitschuldige oder als Mitwischer oder als willige Mitwischer ja und sie haben an diesem tag in dachau fotografiert sie haben das festgehalten um es für sich festzuhalten um es überhaupt glauben zu können oder war die kamera da auch so eine art schutz ja ja die kamera ist immer ein schutz mein kamer man hat mal in Vietnam gedreht während dem Vietnam Krieg es gab ein deutsches hilfsschiff die helgoland und er hat dort gedreht mit dem man stieter grabe und sagte nur indem er durch die optik blickte konnte er das überhaupt verkraften ja und ich nehme an es war so ein bisschen man fotografierte und ich habe dann auch begriffen später bei dieser ganzen bei diesen Jahrzehnten Filme machen ja dass dies auch auch ein Schutzmechanismus für mich war um nicht direkt konfrontiert zu werden mit unerträglichen Dingen ja auch aber dann auch um die Realität festzuhalten und so weiter also das waren auch wieder gemischte äh 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 innere Antriebe ja aber ja ich habe fotografiert in in Dachau habe das nachher der Verwalterin von Dachau zugeschickt meine Fotos hielt sie für verloren und habe kürzlich weil ich für Letter International ja Artikel schreibe und die wollten auch einen Artikel darüber und ich habe einen Koffer im Keller aufgemacht den ich seit 40 Jahren dort verschlossen hielt unwillens und unfähig den aufzumachen und da lagen unter anderem die Fotos die die Frau mir zurückgeschickt hat ich hatte keine Ahnung dass die noch gab ja äh die Fotos von diesen halb zerfressenen Leichen diese Skelette äh diese ineinander verwobenen verhungerten Skelette zu denen ich hätte gehören können ohne hätte nicht wer immer mich davor bewahrt aber das stieg mir dann doch auf in diesem Moment das sind meine Leute und hätte ich nicht dieses irrsinnige Glück gehabt oder einen so tüchtigen Vater da läge ich jetzt fotografiert von wem nicht identifiziert nicht mehr identifizierbar kein Georg Stefan Troller eine skelettöse Leiche die stank ja da hat man doch auch die Amerikaner haben da viel begriffen was sie nicht gewusst hatten und ich auch nicht nur wozu die Nazis fähig waren sondern auch wozu der Mensch fähig ist und die Erkenntnis dass der Lack auf einer Zivilisation sehr dünn ist in der Regel also ich will ja nicht über die Nazizeit da reden das ist alles lang vorbei aber meine Skepsis der menschlichen Natur gegenüber auch meiner eigenen ist geblieben ich war ja auch mordlustig im Krieg ja ja Jagdinstinkt Racheinstinkt Verteidigungsinstinkt Selbstschutzmechanismus was alles zum Soldatensein gehört was alles nichts mit dem zu tun hat worüber wir gerade gesprochen haben ne man war als amerikanischer Soldat endlich gab es eine Art Zugehörigkeit im Krieg nicht vorher in der Ausbildung aber im Krieg man war G.I. keiner wusste wer man war oder was man was Spezielles war oder so man war ein G.I. wie andere und diese Zugehörigkeit das mochte ich ja äh ich habe letztlich diesen Krieg geliebt er war mein Krieg ich gehörte zu ihm ich war berechtigt so zu sein wie ich war Sie waren Amerikaner Sie hatten amerikanischen Pass sind dann auch zurückgegangen nach Amerika aber gab es den Gedanken wieder nach Deutschland oder nach Österreich zu gehen und dort zu arbeiten als Journalist ich hatte eine ich hatte eine Liebesaffäre eine ganz starke und unglückliche Liebesaffäre und es war besser ich ging und ich ging ich ging zurück es war auch irgendwie selbstverständlich dass man wenn man demobilisiert wurde dass man zurückging Amis blieben nicht zum Großteil jedenfalls nicht in Europa ich hatte ein Jahr als Besatzer immerhin bis wann bis Frühjahr 46 München hauptsächlich war interessant unter anderem ein SS Lager wo also SS da interniert wurden unterstanden sie nun alle unrasiert verkommen verhungert am Stacheldraht schauen und schauen aus wie wir in der Internierung hat mich sehr frappiert frappiert oder war das auch ein Moment der Genugtuung auch wieder ein Moment Erkenntnis was ist der Mensch oder irgend sowas Sie sagen Erkenntnis und nicht Genugtuung ja das sage ich ja Genugtuung habe ich das empfunden es ist schwer sich zurückzuversetzen so viele Jahre irgendwie doch natürlich war wunderbar ich war der Ami ich bezog meine Zigaretten und meine Delikatessen aus dem PX unserem Kaufladen ja man hatte Besatzungsgeld genau wie die Nazis in Frankreich ganz kleine Geldscheinchen mit denen man zahlte mit denen das Land natürlich ausgebeutet wurde von uns genau wie die Nazis es gemacht haben aber es ging uns gut ja und man war überlegen man war jemand man war in Uniform man war doch jemand ja aber in Deutschland war ja doch keine Heimat ja obwohl Bayerisch war ja auch nicht so viel anders als Österreich aber es war nicht meine Heimat München sehr schön ich bin auch immer gern da aber es war doch nicht meine Stadt war scheusch also zurück nach Amerika zurück nach Amerika per Truppentransport ausgeladen Abschiedszeugnis von der Armee äh Begrüßung durch die Eltern und der Drang wegzukommen weg wenn schon Amerika dann ein ganz Neues da stand ich auf nach Kalifornien möglichst weit weg in ein Land das mich nicht einstufen kann Kalifornien der amerikanische Traum ihr amerikanischer Traum damals Freiheit Zugehörigkeit doch irgendwie in diese Wetterloge Bewusstloge in so der scheligen Süd-Kalifornien ja aber als sie das durch hatten und sie haben noch ganz andere Teile von Amerika durchforstet habe ich ja geschehen aber haben sie gesehen haben sie beschrieben aber es reichte nicht sie wollten nach Europa nach einigen Jahren ja äh Europa Sehnsucht zum Erstaunen zur Missbilligung meiner Bekannten und Freunde was willst du in diesem zertepperten Land ja äh was hast du da zu suchen bleib doch in Amerika mach Karriere hier alle machten Karriere auf diese oder jene Art außer mir äh ich wollte nicht wollte nicht Businessman werden vielleicht am ehesten noch Professor in einem College aber nicht einmal das ich wollte ich wollte in den Mutterschoß zurück ob der nun Österreich ist oder Europa war nicht so wichtig aber in diese geistige Atmosphäre das klingt jetzt so erhaben ja äh da findet man eben das was man sucht was in einem ist das hat auch wieder was mit Zugehörigkeit zu tun natürlich man sucht das was in einem ist um Anschluss zu finden für seine inneren Bedürfnisse und ja das war Europa er wollte nicht Österreicher wieder Österreicher werden war zufrieden Amerikaner zu sein Amerikaner in Österreich mit Wurzeln in Österreich also dieses Wurzel sein wollte man ja aber die Zweige und die Blätter und die Blüten nicht auch wieder eine eigentümliche Situation ja aber nur Wurzeln reichen nicht nur Wurzeln reicht nicht und das habe ich dann auch begriffen und bin dann weggegangen ging halt nach Paris ich meine eine nicht unbizarre Situation dass Sie als Wiener Jude mit amerikanischem Pass den Deutschen Paris erklären sollten ja zunächst im Radio dann im Fernsehen denn Sie waren erst Reporter für den Südwestfunk im Radio und dann kam irgendwann das Fernsehen Eroberung eines Publikums geliebt werden bewundert werden von Deutschen geliebt und bewundert werden war das wichtig Zugehörigkeitsgefühl Schnitt fand damals in Deutschland statt Baden-Baden nachher war es Köln ja Paris Paris wurde vom WDR übernommen und ich wurde Mitglied also freier Mitarbeiter des WDR ja und die Sendung hieß Pariser Journal und war ein Hit im damaligen Programm wen haben Sie in Paris damals getroffen was war das für eine Zeit wen haben Sie vor die Kamera gekriegt alle Chansonsänger alle Modemacher alle großen Filmregisseure zum Teil Politiker bis hin zu Adenauer wenn er zu Besuch kam eigentlich alles mit Ausnahme Picasso und eines anständigen Interviews mit Brigitte Bardot habe ich alles gemacht was da war also von Edith Piaf bis durchreisenden Orson Wells Audrey Hepburn Henry Miller Ezra Pound Alain Delon Romy Schneider Romy unfähig sich gehen zu laschen außer im Kino außer im Film ja bat uns um Alkohol vorher sie ein bisschen betrunken machen damit sie reden kann ja war ergreifend war charmant Serge Ganspour der eine ähnliche Jugend hatte wie ich als hässlicher ausgestoßener Jude in der Verborgenheit leben in Frankreich im Krieg ja Serge Ganspour und daraus diese tolle Frechheit dem Leben gegenüber diese Unverschämtheit entwickelt hat vor der Kamera einen 500-Frau-Schein zu zerfetschen sich damit die Tirette anzuzünden ja nur um zu zeigen es geht mir nicht darum ja Charles Bukowski fand ich einen tollen Film ja Bukowski lebte seine letzten Lebens Monate Monate oder Jahre das war kurz vor seinem Tod wie sie ihn interviewt haben während seine Freundin Linda oder Frau da saß und missbilligte dass er unabhängig davon redete dass er sein Leben gelebt hat und jetzt auch sterben und sie wollte dass er weiterlebt ja und er beschrieb für uns was das bedeutet zu sterben ja große Literatur vor der Kamera war das damals das zeigt dass die Grenzen ja auch verschwimmen zwischen Wort und Bild was bei ihnen ohnehin immer der Fall war Kameramann ganz toll gearbeitet aber das war eine völlig überraschende Situation ich wusste gar nicht dass er da so kommt ich erwartete seine üblichen Frechheiten ja und Anzüglichkeiten aber nein er kam auf einmal da mit was das bedeutet ein ausgelebtes Leben Ach Rush Mayer der Schecksfilmer war nicht glücklich mit dem Film schaue sich irgendwelche deutschen Filmkritiker hatten ihn überzeugt dass er der größte Filmemacher aller Zeiten wäre das war er ja nicht ja und wenn so nur in seiner Jugend später dann nicht mehr dann hat er sich selber kopiert das durfte man ihm ja nicht sagen also er liebte seinen Film nicht aber wir fanden den lustig ja Ocean Welsh der die ganze Dreharbeit für uns übernommen hat ja seinen Film er drehte gerade ein Prozess von Kafka ja in Paris aber er interessierte sich auf einmal wahnsinnig wie denn dieses Interview gedreht werden würde und er machte für uns die Ausleuchtung und den Schnitt und alles ja war toll die Frage die Frage ist ob sie der sie ein Leben lang auf der Suche doch nach der eigenen Identität und nach einer Zugehörigkeit waren und vielleicht noch immer sind ob sie möglicherweise immer kleine Stücke der Identität der anderen mitgenommen haben für sich selbst ja ja das war ist das ein ein Puzzle in ihnen das aus vielen kleinen Stücken der Identität anderer auch besteht es war mein geheimes Anliegen dass natürlich niemandem und schon gar nicht den Sendern gegenüber je zur Sprache kommen durfte ja kommt das Verständnis für die Wunden anderer denn sie haben ja sehr oft Menschen mit großen Brüchen porträtiert kommt das Verständnis für die Wunden anderer aus den eigenen Wunden vor allem ich fand heraus dass jeder auf der Suche nach seiner Wahrheit ist und dass der gute Befrager sein Gegenüber oder Opfer oder wie du es nennen willst dazu bringen kann zu seiner eigenen Wahrheit durchzustoßen ein Stück ein ganz kleines Stückchen ja was schon viel ist und darauf konnte ich bauen ja die Summe unter dem Leben bisher wäre das in diesem Lebensdrehbuch ein Happy End das wäre noch das Beste wenn man da umfällt und weg ist ja aber dann wird man in ein Krankenhaus geschleppt und kriegt Schläuche und so weiter ich weiß nicht ich habe kein abschließendes Urteil ja ich kann unendlich dankbar sein dass es bisher doch so oft halbwegs geklappt hat unverdienter Marschen nicht dass ich irgendwie welche Wohltaten je verdient hätte Glück Glück ja noch am ehesten ich kann mir nicht kann mir keine Verdienste zurechnen aber ich denke mir doch vielleicht habe ich doch allerhanden Leuten irgendwie auch Glück eine Art Beglückung gebracht und das ist doch eine tolle Sache und weitaus mehr als man je hätte vorstellen können ja dass das passiert ist unverdienter Marschen oder halbverdienter Marschen äh dafür kann ich doch nur unendlich dankbar sein Ihr Publikum kann dankbar sein ich bin dankbar für dieses Gespräch ja danke Ihnen Bis zum nächsten Mal